Bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes kommen wir sehr gut voran. In ca. 50% der Themenfelder haben wir die Gesamtplanung abgeschlossen. Der Rest wird bis Ende des Jahres erledigt sein. In den 30 Digitalisierungslaboren werden parallel dazu einzelne Verwaltungsleistungen digitalisiert. Mit dem Fortschritt bin ich sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit läuft auch sehr gut. Wir sind in vielen Veranstaltungen vertreten. Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes ist natürlich ein Schwerpunktthema. Dort haben wir das Digitalisierungsprogramm Föderal, das Digitalisierungsprogramm Bund und der Aufbau des Portalverbundes. Wir haben aber noch weitere Themen, wie z.B. die IT-Konsolidierung Bund oder die digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Natürlich werden wir dort die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes darstellen. Ein quasi Digitalisierungslabor wird dort vorgestellt werden. Wir haben aber noch weitere Themen, wie z.B. die Dienstekonsolidierung oder auch Smart City, die neuesten Entwicklungen. Und wir haben die elektronische ID des Personalausweises mit ganz konkreten Anwendungen. Ich kann nur alle Besucher auffordern, besuchen Sie unseren Stand und bringen Sie Ihren Personalausweis mit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.